Viele Haarsprays versprechen perfektes Styling, aber nur eines garantiert die Traumfrisur, die hält, was auch kommt. Drei-Wetter-Taft-Haarspray mit Drei-Wetter-Langzeit-Formel. Perfekter Sitz für eine Traumfrisur, die hält und hält und hält. Den ganzen Tag, bei jedem Wetter. Überzeugend traumhaft. Drei-Wetter-Taft-Haarstyling mit Drei-Wetter-Langzeit-Formel. Hält und hält und hält, was es verspricht. Schwarzkopf, Hauptsache schönes Haar. Drei-Wetter-Langzeit-Formel.